Das ist nur ein Teil der Unterlagen, die mir zugespült wurden. Er weiß Bescheid. Du darfst mich fragen, was du willst, aber jede Antwort kostet dich was. Ja, ich brauche deine Hilfe. Du siehst aus, als hättest du gerade einen Geist gesehen. Marsha? Ich dachte nur, wahrscheinlich ein Tier. Bringen Sie Anton hierhin und zu niemandem ein Wort. Ruf die Polizei. Nicht bevor ich weiß, was hier los ist. Mehrere Mitglieder der Bankiersfamilie Nölting sind einem brutalen Verbrechen zum Opfer gefallen. Bleibt noch der Junge, der Erbe von 50% der Nöltingen Bank. Der Junge ist da völlig unschuldig reingezogen. Ich warne dich, Max. Wenn du Krieg haben willst, kannst du den sehr gerne haben. Ich lege dich aus meinen Geschäften heraus. Verstanden? Es muss an die Öffentlichkeit. Wir müssen sie beseitigen. Ich werde die Story beenden. Auf meine Art und Weise.